So Robin der noch nie Auto gefahren ist. Was ist denn das Gas? Das mit den länglichen Strichen nach unten ist das Gas. So Robin fährt jetzt Auto, er muss jetzt zwei Meter nach vorne fahren. Hat keinen Führerschein, weil der da hinten will raus. Mal gucken was da jetzt lustiges passiert. Gang rein! Ja das klappt doch super. Wer sich freut, ist total stolz. Er hat mich nach vorne gefahren. Jetzt wieder rückwärts. Der macht es eigentlich ganz schön gut da Robin. Noch ein Stück. Wir haben jetzt Platz bis ran. Wir können jetzt bis hinter fahren an den Smart. Boah Alter. Ist das nicht Smart? Möglich. Ne. Ach weiß ich nicht. Wenn ich kaputt fahre, ich sag's dir. Und pass auf, dass du nicht am Bordstein kommst. Alter fick dich. Wie war's? Robin, take the challenge. Also nochmal, er hat keinen Führerschein und wenn Daniel das sieht, dann fickt es Haue. Weil ab jetzt wird es eigentlich unnötig. Er muss das Auto gar nicht hinter fahren. Was ist denn los? Ich weiß nicht, ob das Auto nicht mehr angeht. Ganz rum. Ich weiß nicht, ob das Auto nicht mehr angeht. Das Rad. Bisschen mehr. Fahre ein bisschen vom Bordstein weg. Die Handbremse ist doch angezogen, oder? Ja, du musst doch los machen. Alter, das ist mir zu heikel. Heike? Deine Mutter ist heikel. Ich mach hier noch was kaputt, das Auto ist so schön im Arsch. Naja, dann kannst du es ja nicht mehr kaputt machen. P ist Parking, ne? Was sagst du? P ist Parken. Wir müssen halt warten, dass sie wiederkommt. Aber selbst wenn ich glaube, wir bleiben ja gar nicht. Ja, mach aus. Sag mal was, hat das Spaß gemacht? Ja, Tag 1 in Paris. Wir sind hier. Unser Auto hat ein kleines Problem. Die Motorkontrollleuchte blinkt. Und wir sind gerade auf der Suche nach Internet, um darin wiederum eine Werkstatt zu suchen. Und wir sind ganz schön gefickert. Das ist übrigens Paris. So.